hallo und herzlich willkommen zurück bei seven days to die so was bin ich was wollte ich mach ich da schon drinnen es ist 13 uhr nein wir machen schneller haben wir da hinten schon gelootet wahrscheinlich ja oder wenn wir gehen ja nun abholen weil das sollte er dann gleich wieder da sein und und Hm. Hm, da kommt. Ja. Let's don't launch. gut dann können wir anfangen so was da steht ein auto so ein zufall aber auch so 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 Hallo? Oh I 22-fach überladen ist gar nicht viel oh das so so um Was ist das? Aber ich finde, der Pfeil steht ja gut, mein Lieber. Komm näher. Ich will nicht den anderen auch schon aufwecken. Okay. Und? So, selber die Gebieter, ja, mach mal. Aber man muss ja nicht jetzt direkt sein. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, da ist nichts. Da geht's auch nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Ups. Warte mal, wo ging's noch hoch? Das war's für heute. Das war's für heute. So, nehmen wir mal. So, das war's für heute. Hmm? Das war's für heute. Das war's für heute. So, das war's für heute. Könnte man, könnte man theoretisch abbauen. So, das war's für heute. 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 So, ich bin schon mal. So, das war's für heute. So, das war's für heute. Okay. Ja, ich bin jetzt hier. Ich kann ihm nicht mehr wissen, dass es ein Problem ist. Und wird. Pfff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Na gut, ich glaube, ich habe ja alles, was wichtig ist So, 19 Uhr, das geht sich auch mal aus zum Händler Da haben wir, da wird kein Platz sein So, Tag 11 Sorry Baseballschläger wäre vielleicht auch ganz interessant So, was kann man nehmen? Werkbrauenpaket, Nahrungspaket, Werkbank, Tiefliche, oh Gott Ich nehme... Ich nehme das Das heißt aber, ich kriege jetzt so ein Dreier-Quests Sooo Habe ich Ruhe? Oh, das hat gemein Na gut, die will er nicht Wir haben 15 Dollar und Die 10. Mordklinge brauchen wir nicht, oder? Den haben wir NRK Hm Danke Scharfschützer Ja, ich möchte aber kein solches Auto Ja, ich mache das Ja, ich mache das Ja, ich mache das Ich mache das Ja Ja, komm Oh, come on. so wieso hat man da Holz gekült ja wahrscheinlich also den Rest lassen wir noch Werkzeug wie wäre es das Auto schmelzen Geheilung Mats Auto Oh und Crossbow Rebecker Hier ist der Hilfe Auto Alchemie Super. Gut. Das sind Bullspice. Gut. Sieben Vanille. Das ist ganz super. Ich würde sagen, das lohnt sich noch nicht. So. Wow. Cheese Bull habe ich mir viel näher. so Das lohnt sich nicht. Da habe ich jetzt auch zu wenig, oder? Ach okay, die wachsen weiter. So. Das war's für heute. Das hat die Vanille-Samen-Boxen leid getan. So, was haben wir? Wir haben ein bisschen Hunger. Wir haben ein paar Kaffeebohnen. Wasser. Und hier haben wir auch noch. Hm. Ja, gut. Ich bräuchte mehr. Nein. Nein, das ist viel. So. Ja, ich bräuchte mal langsam eine Mikrowelle. Ingenieur. Okay. So. 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 da. So. So. Okay. Pasta knacken. aber schnell also 30 nahrung 30 nahrung 25 nahrung ok wir haben dann lehre und hier lehre wir haben Eis, wir haben Dreckwasche, lehre Gläser, Wassergläser ähm wir haben Tee altroten Tee gut darunter wir haben Fleisch, wir haben Eier wir haben Eis wir haben ein Gans und wir haben ein Gemein wir haben Pilze Tartoffeln Blaubeern locker mh ok, gut der ist eh noch nicht fertig so, gut, das haben wir mal der cooking stove der war beim nächsten Level, glaube ich oder übernächsten einmal angenommen, ich möchte sowas machen dann brauche ich ein Chassis ok ok mir fehlt Schwarzpulver dazu fehlt mir eine Chemiestation hm hm haben wir noch nicht ja, jetzt haben wir gerade keinen Punkt dafür ja das will ich nicht verwenden so haben wir es ein bisschen drinnen hochgrilltopf und anders hammer Tementmischer und dann die aber auch noch nicht die Blacksmith Swatch. Unlockable Blacksmith. Arzt, Astro-Training, isoliert, da brauche ich nicht mehr Punkte. Und vor allem hätte ich den Punkt auch gerne. Und das Mann, das sowieso. Unlock Iron Tool Corrupting, Dagger Quartar Iron Axe, Iron Battle, Iron Maze, Unlock Crucible und Steel, okay, also kann man sich sowieso durch. Unlock the Bellow, okay. Okay, kann man also dann auch bald machen. So, was braucht man? Ja, eigentlich, eigentlich die Station. Weißt du, lohnt es sich ja nicht wirklich. So. Gut, gibts rein. So. Wir müssen reparieren, das hier. Und leere Gläser haben wir. Essen haben wir momentan mehr als genug. Guck. Okay. Ja, kann man auch gerade nichts machen. Nice. Kann ich zufälligerweise noch Farmbeete bauen? Und? Oh nein, ich habe sie gerade verbraucht. Äh. Samka. Ich habe da noch 100 Rohre. Damit könnte man die teurer verkaufen. Brauchen die zum reparieren? Dann wieder. Ah, die brauchen Repair Kids, okay. So, dann haben wir hier. Rezepte. Komm mal her. Das, das und das. Du machst mir bitte ein bisschen Sima-Munition. Ja, immerhin 40 Stück. Okay. Ist nicht viel. Hm. Allerdings komme ich bisher ja auch relativ gut ohne Waffen aus. So. Haben wir was zum Essen mit? Ja. Haben wir was zum Trinken mit? Ja. Wir könnten theoretisch, wie spät haben wir es? 3 Uhr. Ja, wir können ja nicht nur theoretisch, wir könnten eigentlich zum nächsten Händler fahren. Ja. Ja. Es hat Kielmann sich noch nicht mit den Händler sagen gesagt. dels Sägen. Ja. Dach. Ja. 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 Ja, Niesk ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Puh Uh-huh Nice of them Das muss aber nicht weiter Hmm Hmm Da kommen sie quasi einfach um diesen Berg rum rum Hmm Ja 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 So, 44 Minuten, ups, okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich glaube, ich muss noch mal machen, also, tschüss.